Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TeacherX und Co. Wir sind heute an der Blumensteinschule in Wildeck-Obersuhl und besuchen den Mathematikunterricht der Klasse 5. Da haben wir zwei Experten, den Leon und den Elias. Beide präsentieren uns etwas zum Thema alte Längenmaße. Sie stellen uns vier davon vor. Das sind einmal ein Fuß, die Elle, das Klafter und die Handbreite. Na dann mal los! Hi, hier sind Leon und Elias. Und unser heutiges Thema sind alte Längenmaße. Eines der ältesten Längenmaße ist der Fuß. Je nach Landmaß ist 28 bis 32 cm. Das noch heute übliche Fußmaß beträgt einen Feet. Das sind auch ca. 30,48 cm. Es wird noch heute in der Luft- und Seefahrt verwendet. Und kennt ihr die Elle? Die Elle ist der Abstand zwischen Ellenbogen und Mittelfingerspitze. Sie entspricht auch zwei Fuß. Das sind ca. 50 bis 85 cm. Oder kennt ihr das Klafter? Das Klafter entspricht der Spannweite der ausgestreckten Arme. Es misst ca. 6 Fuß oder auch 1,80 m. Das Messmaß, was man immer dabei hat, ist die Handbreite. Die Handbreite orientiert sich an der Breite der Handfläche. Dieses Maß gibt es schon seit der Antike. Eine Handbreite entspricht ca. 7,5 bis 10 cm. Das war unser Mathe-Podcast zum Thema alte Längenmaße. Von Elias und Leon. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.